Die Hinterachse mit 4-Balk-Luftfederung kann bei allen TGM 4x2-Fahrzeugen mit einer luftgefederten Vorderachse zur Vollluftfederung kombiniert werden. Bei der luftgefederten Vorderachse sorgen zwei Rollbälge für beste Federungs- und Fahreigenschaften. 90 mm Senkweg und 160 mm Hubweg ermöglichen also einen Verstellbereich von maximal 250 mm. An der Hinterachse ergibt sich sogar ein Verstellweg von maximal 260 mm. Für den Kunden ergeben sich folgende Vorteile. Beste Federungs- und Fahreigenschaften sowohl bei Leerfahrt als auch unter maximaler Nutzlast. Maximale Schonung von Aufbau und Ladegut vor mechanischen Schwingungen und Erschütterungen. Regulierung des Ladeniveaus, zum Beispiel bei niedrigen Toreinfahrten, sowie beim Anfahren an Laderampen. Höchste Nutzlast aller vergleichbaren Wettbewerbsfahrzeuge durch das niedrige Leergewicht. Höchste Nutzlast. Höchste Nutzlast. Höchste Nutzlast. Höchste Nutzlast. Höchste Nutzlast.